Hallo, heute betrachten wir die Grenzwerte von Folgen. Angenommen, du musst für die nächsten Klausuren lernen und teilst dir deinen Schokoladenvorrat so ein, dass du an jedem Tag nur die Hälfte deines Vorrates isst. Okay, du weißt, worauf das hinausläuft. Die Restmengen, also die Schokoladenvorräte, die dann jeweils am Abend noch übrig sind, ergeben eine Folge mit der Berechnungsvorschrift Rn ist gleich 1 geteilt durch 2 hoch n. n ist dabei Element der natürlichen Zahlen. Wie schön wäre es doch, würde sich der Schokoladenvorrat jeden Tag verdoppeln. Auch dieser Wunsch ergibt eine Folge. Sn ist gleich 2 hoch n. n ist dabei Wiederelement der natürlichen Zahlen. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Bis zum nächsten Mal. Höttlich! 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 Vielen Dank.